herzlich willkommen bei einer spontan okay bei einem zweiten versuch spontan aufnahme mit mir christian angel 3000 und mobster ja wir haben schon zweimal versucht also kein einmal versucht hier irgendwie zu spielen wir kamen auch soweit bisher wir haben dann spiel gestartet aber diesmal der mobster den server aufgemacht leider sind ist dann mein spiel irgendwie abgekackt dabei irgendwie weil momentan ja 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 irgendwas wirklich passiert kann sein dass er mein spiel liegt oder am server liegt keine ahnung aber bevor sowas passiert wir haben jetzt noch ein paar minuten zeit wir haben zwei strecken wir nehmen das motorrad nur das motorrad donkey und dann kommen wir wollen die donkey donkey einfach nur donkey genau genau da würde ich sagen starten wir einfach mal genau also ein kleines wollen wollen gegen 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 christian angel gegen mobster jetzt gibt es derbsen die von feinsten ja das ist voll jetzt geht es ab lauf 1 und rechts ist noch ohne den ich bin ja ich bin ja Naja, wie einer, der es gerne... Ich, ich, ich wollte es jetzt nicht so... Oh Gott! Also... Ich hab schon's nie erlebt, aber das... Das ist ja heute schon Zuckergehasst. Wir haben jetzt langsam gewusst, dann... Oh Gott! Oh Gott! Ausbalanciert! Freize schrittlich, der man hinten nicht geschafft hat. Das ist so schlimm! Uah! Hab ich ja gesagt! Was hat ich denn? Das wird sich doch gar nicht so... Wir müssen ja vorhanden. Hä? 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 Was? 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 Ich... Was ist ein Heirat mit Knüsen? Was? Ha, ha! Toi! Ha ha! Ha ha! Sehr schön, wie du dich nach hinten streckst. Hat wirklich was sehr, sehr Schönes. Äußerst ansehnlich, würde ich mal sagen. Ich hätte ja nun mal alles Knuhpapier am Video gehabt. Okay, die erste Runde geht an den Mapstar mit 14 Fehlern und ich hab 19 Fehlern um Mapstar 20 Punkte. Da ich nicht ins Ziel gekommen bin, habe ich leider keine Punkte erreicht. Na ja, versuche ich den Punkt. Dann gehe ich mal hin. Immer mit der Ruhe. So, ich glaube, ich bin richtig, der Doppel-Challenges macht. Die Leute, die Puppen-Scheifen haben, die gefahren wirklich den ersten Mal. Ich bin der von der Aktion. Das kann ja noch nicht werden. Ich fliege es ab. Scheiße. Nein! So weit von unten. So weit von unten. Nein! Nein! Krass kill. Echt? Was ist das denn? Oder ich bediene meinen Kontrolle einfach ein bisschen. Oh, es kommt halt das selbe. Mein 50 ist kaputt. Ich häng halt echt mit meinem Warten. Ich muss mich ungeheuer aufpassen. Das ist echt mein Warten. Ja. Ja. Oh, Oja! Man reicht einfach nicht. Ich kann zu schnell wirklich ziehend abgeben. Da ist die Kirche. Hast du fast geschafft. Schön und dich gefühlt. Schön über die Hütte. Alles vorsichtig. Applaus! 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 Das ist doch großes Tennis, so ein bisschen. Ob ich das in der nächsten Runde aufholen kann, das auch zu scheitern. Da habe ich keine Ahnung. Und nochmal die Kappe, oder was? Ja klar, also komm, volle Kanne, rein damit. Das wird's lustig. Oh nein. Doch. Hey, wenn das schief geht, ich hab keine Ahnung. Oh Mann. So, final, okay, die... Die zweitletzte Runde, meine Damen und Herren. Meine Abonnenten war die Zuschauer. Viel Spaß, würde ich noch sagen. Ja, genau. Ja, okay. Ich kann mir Menschen nicht faszinieren. Oh nein. Oh nein. Oh! Bei uns ist kein Tag. Ja, genau. Das ist eine Tag Münchner. Weißt du, wie es ist. Das Frau ist eine Tag. Ich bin nicht fasziniert. Ja! Ich bin nie zuerst. Ich bin nicht fasziniert. Ich bin nicht fasziniert. Ich bin nicht fasziniert. Was ist das denn? Es geht doch nicht. Du kannst nicht... Gott sei Dank. Guck mal an, wie ein Pupi ist denn? Guck mal, da ist er hier. Oh. Gefängst du schnell an die Hütte? Ich kenne das nicht. Warum tun sie das? Sei doch mal ruhig. Da gibt's eine Konkuratur. Wer kommt dann in die Hütte? Ja, wir warten da. Ich mach fast oben. Nein, ich mach fast oben. Nein, ich mach fast oben. Nein! Ein mini, mini, mini... viel zu wenig Gas gegeben. So, ich hab 30 Federn. Raus. Aber reingeschossen gehen, eh? 30 Federn, dann bist du raus. Ah, ne, doch nicht. Das hast du ausgehört, weil die Kammerhäuser... Und da ist es dir. Rumtische... Das ist verstanden! Ja, 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 ja! Viel Spaß bei den Erklimmen deines Werkes. Ich geb dir meinen Kling. Gib erstmal am Anfang ein kleines bisschen Gas und ab der Mitte ist es ganz besiegt. Ganz fein. Gas. Und da, ab dem Punkt, wo die Hüfte der Eifen wegschmiert, dann ist das Ding in die Kontrolle. Das schaffst du beim nächsten Mal. Ist ja nur ein Testlauf. Ja trotzdem, aber man muss es ja nicht gleich gut treiben. Ich glaube, wenn ich mich da vorne bewege, dann wird es gleich noch rumsteigen. Das ist ja eigentlich künstlich in der Hüfte. Ich muss sie nicht machen. Oh, ich schaune bitte. Ich schaune bitte. Ich schaune bitte. Ich schaune bitte. Musik Ich bin schon vorbei, ich denke, er ist gerade ein Ziel, aber warte, 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 warte. Also nehmen doch zu deinem Hinz und machen keinen Beweis. Oh Gott. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Ja, ja, bleibst du, bleibst du, bleibst du. Einer kann ich sagen. Muss man ja immer sagen, aber ich hab dir ja gesagt, das schaffst du. Ja, das war's. Herzlichen Glückwunsch, Mann, Mapster. Danke. Danke, danke, danke. Zweitplatzier, zwei Letzter. Erster von Letzter. Danke, 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 danke. Okay, das war eine Testaufnahme. Ja, auf jeden. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann like unten, kommentiert unten, wie ihr möchtet. Und nicht vergessen, besucht auch die anderen Kanäle wie Mapster, der auch gerade hier aktiv dabei ist. Jusaku, Carriers, Z-Moss Games, um bei 4C vorbeischauen. Wurde uns alles freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau-san.